www.imarschinger.lol www.imarschinger.lol www.imarschinger.com Hentai und Ruhl 34, in dem die Leute sowas tun, die verdammt behindert im Kopf sind, müssen in den Allmaschinesknast verurteilt werden wegen brutalen Sexualverletzung und Körperstraftäter. Jetzt habe ich das neue Spiel gedrückt und mal sehen, ob Spongebob auf Sandy wichst oder nicht, ich meine ob es funktioniert oder nicht. Spongebob! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Hab was vergessen! Hab was vergessen! Jetzt bin ich bereit! Jetzt bin ich bereit! Oh, ich freue mich schon so sehr auf die Handschuhwelt! Ich gehe lieber zu Patrick, um ihn daran zu erinnern, welcher Tag heute ist oder wer ich bin. Schnauze halten bitte! Er springt so, damit er in der Luft bleibt, als würde er mit seiner Handschuhmütze, auch als Kondomütze genannt, als Fallschirm nutzen. Komm wieder, wenn mein Wecker geklingelt hat! Mein Schönheitsschlaf hat oberste Priorität! Deine oberste Priorität ist, wenn du dich selber in deinen Arsch reinschiebst. An deiner Stelle würde ich nicht in diese Richtung gehen, Spongebob. Die Straße wird durch einen großen Stau blockiert. Echt? Aber wie sollen die Leute denn dann ihre Kramburger mampfen? Tun sie nicht! Sie nur selbst! Ich sitze hier mit den Inhabern konkurrierender Restaurants fest, dem Abfalleimer und der Krossenfahrt! Alter, wie lange dauert das? Ich will Fickspiel spielen! Das ist doch die perfekte Gelegenheit, eine Doku über das beste Restaurant Bikini-Bottoms zu drehen! Gute Idee! Ein Film über die Köstlichkeiten des Abfalleimers würde glatt Millionen einbringen! Ich meinte die große Krabbe! Niemand geht in den Abfalleimer! Es sei denn, er will fragen, wie man zur großen Krabbe kommt! Jedenfalls, die Behörden sind noch dabei herauszufinden, wo die... Halt, Maul, Fischkopf! Warum hat jemand im Transport einen Unfall passiert, weil er sich zu viel TikTok-Videos angeguckt hat? Pech gehabt! Ich weiß genau, wie man springt, vielleicht auf deine Mutter. Du scheiß Schwamm am Minakröm! Du sollst noch höher springen, du gelber Arsch! Ich bin bereit! Ich bin der Form! Ich bin bereit! Ja, ist in Ordnung! Geil! Ein Sandys Haus und muss mal das Eichhörnchen ansprechen! Hau-di! Spongebob! Du bist ja früher wach als ein schlafloser Gockel! Lust auf ein bisschen Karate? Aber hallo! Allerdings könnte ich etwas Polsterung vertragen, Sandy! Patrick und ich werden den allerschönsten Tag in der Handschuhwelt verbringen! Danke! Aber dieses Eichhörnchen bleibt Handschuh-frei! Ich bevorzuge den Nervenkitzel von Muskeltraining und Gummienten! Aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du mir dabei helfen, alten Schrott aus meinem Garten zu beseitigen! Gar keine Frage, Sandy! Bereit zum... Sterben, du geiler Schlampe-Dicker! Warum machst du nicht als Putzfrau, damit sie noch fit bleibt als die Scheiße? Bitte nicht hier kacken, es muss hygienisch sein! Ach ja, ein Wirbelangriff mit Blubberblase! Also ich greife an, wenn der Witzxer mit mir Stress macht! Ich mache einen Kreis und ich habe alle Blöcke zertrümmert und dann sammle ich Chili-Bisse! Zurück zur Sandy! Großartig, Spongebob! Mein Garten ist so schön wie ein Frosch mit Fell! Danke für deine Hilfe und viel Spaß mit Patrick! Lol! Ist der Patrick aufgewacht? Blödsinn! Muss ich wieder zu seinem Steinhaus gehen, um mich zu begrüßen! Junge, jetzt nerv nicht nicht, Alter! Ich habe gesagt, ich weiß schon, wie das geht! Ich bin nicht eine Fatze! Was ist das? Ein Rettungsring zum Springen! Das klingt unrealistisch, was? Guten Morgen! Du bist gebohrt! Bist du bereit? Hält der Handschuh-Wichser? Aber hallo! Ich habe durchgemacht und so getan, als hätte ich Hände! Viele Momente später! Digga, was war das? Ja, Patrick! Coole Kids! Hi! Ich wünschte, ich könnte cool sein! Ist der Wagen hier gerade etwa einfach aus dem Nichts gekramm? Ist doch egal! Nee, auch nicht cool genug! Kann ich das haben? Was, die alte Flasche? Voll mystischer Magie? Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Madame Cassandra, Lieferantin langverlorener Schätze der Sieben Meere. Zum Schnäppchenpreis. Magische Blubberseife. Verwirkliche deine Träume. Mit diesem einzigartigen Blubberblasen, den Sie... Zwei Stunden später. Ich wünsche... Nein. Ich wünsche... Nein. Ich wünsche... Ballons! 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 Okay. Mein erster Wunsch ist für meinen allerbesten Freund, der Ballons liebt. Ich wünsche mir für Patrick das allergrößte Ballonabenteuer seines Lebens. So habe ich die Zeitmaschine benutzt, um... schneller zu gehen, weil sie immer labbern. Oh mein Gott! Wer hätte gedacht, dass der Zaubertrank einer mysteriösen Wahrsagerin in einer... Ja, das war absolut unvorhersehbar. Schön wär's! Wäre ich ein Ballon, könnte ich coole Sachen machen wie das hier! Oder das! Oder das! Siehst du, Spongebob? Wir müssen... Halt die Fresse! Was ist denn mit Bikini-Bottum los? Volle blaue Scheiße überall! Junge, wo bin ich hier gelandet? Alter, balancierst du vernünftig, du Kackschwamm! Hat die Meerjungfrau so einen hellblauen Dünnschiss gemacht, oder was? Andernfalls würde er sich darüber bestimmt aufregen! Halt bitte die Fresse! Okay? Mein Stein! Mein schöner Gr... Oh nein! Keine Sorge, Patrick! Die Klebezettel liegen bestimmt irgendwo... Lass mal drücken! Oh nein, nicht schon wieder kommt der nächste Scheiß, der mich die Hälfte meines Gehirns abschneidet? Deswegen bin ich dafür geistig behindert! Guck mal hier das an, das ist ein verkacktes Kinderspiel, das ich leicht mache, das wäre genial, oder? Autsch! Sieht ziemlich kaputt aus! Scheiße! Warte mal! Vielleicht hat eins von Cent... Nein, ich glaube nicht, Patrick! Cent! Oh ja! Die Glaskugel ist leider durch Chaos komplett kaputt und das ist deine Schuld, Spongebob! Was? Ein LKW und ein Rettungsring? Schon wieder! Was ist das? Eingleiten, wenn ich hier springe und dann setzte ich eine Pizza-Packung ein, damit ich langsam tief landen kann. Das klingt langsam unlogisch, die krosse Krabbe-Pizza, isst die Pizza und fick dich in deinen Mund und fertig! Hahaha, hallo! Bist du so dumm zu landen oder so ein Scheiß? Du behinderter Schwamm, er kann nicht mit schmutzigem Fallschirm fliegen, Mann! Und jetzt ist er tot, na toll, und jetzt! Fick euch alle Mitarbeitern aus Nickelodeon beim Gangbang-Feiern, Alter! Jetzt muss ich daraus lernen, wie man meinen Knopf halten muss, wenn der Schwamm springt. Das ist hier besser als der scheiß Talahun draußen, die unsere Stadt terrorisieren können, also ich nenne Talahun als Terrorist. Nein, nicht die krosse Krabbe! Was sollen die Bürger von Bikini Bottom denn jetzt essen? Wer hilft ihnen, ihre Brieftaschen zu leeren, wenn Mr. Krabs nicht da ist? Ich muss das in Ordnung bringen! Oh mein Gott! Nimm deine schrabbelige Hand von mir! Ich bin zu klug, um so zu enden! Und der einzige Furry hat unsere Eimaschine angefeuert, weil er zu dumm ist, der kein Gehirn mehr hat und nie versteht? Sieht man einen Kommentar bei der Folge 7 namens... Also halt mal bitte deine Klappe und verpiss dich in die Hölle! Jetzt attackiere ich die fiese Monstern und verschwinde! Junge, du hast dem Spongebob so weh getan, du Arschloch! Ich bin Spider-Man, du kriegst mich nicht! Wollt ihr mich verarschen? Stress ohne Grund! So einfach geht es! Ihr idiotischen Vielzeller! Euretwegen herrscht im Bikini Bottom das reinste Chaos! Korrekt! Oh nein! Sorry, Plankton! Wir kriegen das wieder hin! Ihr müsst das in Ordnung bringen, ehe noch jemand außer mir das Chaos für sich ausnut... Korrekt! Warum wiederholst du dich? In! Ist das die gefälschte Ariel, der Nicht-Mehr-Jungfrau? Ja, meine kleinen Tölpel! Meine entzückenden Lieblinge! Ihr habt dieses Unheil überstanden! Oh, Madame Cassandra! Wir hatten nur Spaß und haben aus Versehen zu viel magische Seifenblasen geblasen und Bikini Bottom zerstört! Und jetzt sind all unsere Freunde weg und überall ist Genée und... 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 Ich vermisse mein Gary-Line! Das ist wirklich vorzüglich! Das ist nicht irgendein Gelee, SpongeBob! Das ist kosmisches Sch... Digga, halt Maul, du perverse Bitch! Finde das Portal, das zu deinem Kostüm passt! Sobald du deine Freunde gefunden hast, kehre mit diesem magischen Blasenstab nach Hause zurück. Du redest sehr sexistisch, Alter, einfach zu eklig. Und hör auf mich zu nerven, du Malf-Bitch. Also gut, jetzt weiß ich. Wenn ich die Kostüme freischalte, sobald ich viele Scheiße gesammelt habe, dann kann ich mir kaufen. Gibt es die Waffen wie AK-47 oder so, wäre verdammt geil gewesen. Falls ja, werde ich euch in euren Partys reinballern, wäre sehr witzig, Digga. Spongebob hat sich in einem Cowboy verkleidet, warum nicht nackt? Ich ärgere das Kind und das macht Spaß. Gibt es überhaupt hier nicht, es wird langsam zu den dünngeschissenen Portal zum Teleport. Ich erinnere mich an der Serie Rick und Morty, die ich geil fand. Ansonsten hier ist immer witzig, wenn ich erzähle aus meiner Eier, alles anderem wie Shin-Shar, Gronkh und Refit sind komplett langweilig. Und jetzt rein in den Arsch, ich meine rein in den Portal. Mein Fehler. Wie sieht's aus, ist das West in der alten Zeit? Alter, was ist das denn für ein Mist? Ich setzte auf das Pferd, also sie Pferdchen, dass den Typ, der eine Münze hat, weggekickt hat und dann kam er zur Explosion. Es ist zu schnell, ich kann das nicht, bin verdammt schlecht fürs Reiden. Guck mal, wie der Spongebob liegt. Ich suche meinen Freund Mr. Krabs, er hat ungefähr deine Größe, ist rot und mag Geld. Ein Krabbenproblem, was? Du solltest dich am besten mit dem Sheriff in Manta Faye unterhalten. Wer ist Manta Faye? Ist das Manta Manta ein Auto mit Flügeln oder hat er was anderes gemeint? Naja, Manta Faye soll ihm einen Anal-Fick geben. Dieses Scheiß-Pferd hat mich verraten, es soll lieber auf den Boden kacken. Scheiß-Pfallen hier. Patrick, der Scheiß-Pferd weiß schon, was sie tut. Wenn sie sagt, dass sie Gelee braucht, um unsere Freunde zurückzuholen, dann bringen wir ihr eben Gelee. Und dann kann ich ihr Cassandra von hinten Arsch ficken. So einen Fisch hab ich noch nie gesehen. Gannis Gesicht abspritzen? Das macht Spaß! Digga, das ist zu dumm. Wieso fällt der Schwamm einfach aus dem Fels runter? Was bist du für ein Spaßmann? Ich fick mich selber in meinen breiten Arsch. Ich dachte geht es weiter runter. Ich bin viel zu behindert. Hat mich fast in die Hose gemacht? Was soll's? Ich ziehe sie aus und fertig. Wie lange muss ich mich durchhalten, bis die erste Map zu Ende ist? Wisst ihr schon, dass ich meine erste Spongebob-Verarsche gemacht hab? Alter, die Kinosucht hat sich kaputt gelacht und findet echt gut. Noch was, HS6 als Thaddeus war auch dabei, dass er durch AI ersetzt wurde. Scheiße, eine Maschine fehlt. Was gibt's, Spongebob? Was siehst du? Wasser? Limo? Limo Wasser? Was siehst du? Weil viel Strecke ist es so klein. Da passen wir nie rein. Warum müssen wir nur so groß sein? Das ist nicht klein, Patrick. Ist es nicht? Es ist nur sehr, sehr weit entfernt. Wir sind gerettet, Patrick. Es ist Mrs. Puff. Wenn jemand weiß, wo Mr. Krabs ist, dann sie. Schnell! Wir müssen sie einholen. Sie hat uns daheim kennen. Wir vermutlich nicht. Wir müssen sie jetzt kennenlernen, wie wir sie das erste Mal zu Hause kennengelernt haben, als sie uns kennengelernt haben. Verstehst du? Nein. Doch. Du Fettsack? Du kennst Mr. Spaff, du Seesternspitzkopf? Hast du die Zunge Kuss gemacht? Geil, oder? Das war ein Witz. Ich bin bereit. Ich bin so dum. Ich bin bereit. Nein, kein Bock mehr. Ich bin bereit. Ich kacke hier. Ich bin bereit. Ich schwitze gerne. Ich bin bereit. Ich gucke Pornos. Hahaha, lol. Was ist das denn jetzt für eine unglaubliche Aussage, Digga? Mann. Ist das wirklich das Beste? Junge, Junge, Junge. So ein Mist. Kann ich den Knopf nicht stampfen? Alter, was ist das ein Fuß drauf? Ich verstehe es nicht, warum es gar nicht funktioniert. Vielleicht findet sich eine neue Fähigkeit oder kommt drauf an, wie es mit der Story, also Abenteuer weitergeht. Ach komm, scheiß drauf, ich könnte hier nochmal später kommen. Ich muss euch erzählen. Ich muss euch erzählen, neulich habe ich damals ein erstes Spiel Spongebob Schwammkopfschlacht um Bikini Bottom auf die damalige Spielkonsole Gamecube gespielt. Es handelte sich um Abenteuer, in dem der Plankton einen schweren Fehler gemacht hat, da kamen miese Roboter, die sich ausbreitete und dann komplett nicht nur die Stadt, sondern überall eroberten, und dann tauchte Spongebob auf und versuchte alle Feinde zu beseitigen. Das war echt interessant. Diese Laufgeräusche ist einfach zu süß, wie der Schwammi herumläuft. Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. Wie eine Uhr. Zurück zum Thema, es gab sieben Bosse, die ehrenlos Arschlöchern waren, Königqualle, Sandy-Roboter, blaue Garnille, Patrick, fliegende Holländer, Spongebob und Plankton, die auch Roboter sind. Das war alles, was das schwer war. Der Endgegner, in den ich durchs Ohr in den Schwamm gelandet war, um möglichst das Gehirn eines elektronischen Computers zu zerstören. Ich sprang hin und her, was mich meisten genervt war, der Hurensohn Plankton, der mich anzielte. Ihr könnt mich gar nicht killen, weil ihr Salahun seid. Da, noch mehr loses Gepäck! Wie kommen wir rüber? Ich glaube, das... Halt die Fresse! Eine Blasentaste, also gut, wenn ich einen Blasenstab hab, dann muss ich den Knopf schießen, damit es dann funktioniert. Alles klar, jetzt habe ich das verstanden. Ich springe drauf. Jetzt verstehe ich vollständig. Wenn der Knopf läuft, bis er wieder rot ist und dann stehen geblieben. Nanna, da sieht echt so lustig aus, nachdem ich das Monster Bluber Blase gemacht hab. Boah, wie geil, jetzt verpisst euch! Ist das Ziel erreicht? Das könnte dort sein, bitte nicht weiterspielen, sonst habe ich gar keinen Bock mehr auf das Spielmann. Ich schnappe mir eine quadratische Unterhose, die Kacke drin ist. Hau die Fremde! Ihr seid zu Fuß hergekommen? Das ist sehr gefährlich! Schon der Gedanke bläht mich auf! Ich krieg Blähungen, wenn ich Schneckenfutter esse! Hi, mein Name ist Spongebob und der Ballon hier ist Patrick. Wir suchen unseren Freund, Mr. Krabs. Aber er heißt vielleicht nicht Mr. Krabs, er reist vielleicht mit einem anderen Namen. Ich habe schon wieder die Zeit schneller gemacht, weil ich gar keine Lust mehr zuzuhören hab. Ich will weiterspielen, ihr Muschis. Wie soll ich das tun? Nochmal nachfragen, was ich Logik nicht verstanden hab. Oh, äh, Mrs. Puff, ich meine Frau Lehrerin, äh, ich also... Sei nicht albern, Spongebob! Ein Biss auf die Plätze! Oh nein, bitte nicht, ich reite wie geistig behindert, ich kann nicht steuern, teckeln, springen und und und. Seepferdchenboost. Ich muss nur so durch den Gegenstand durchbrechen und das war's. Okay, ich versuche es. Spongebob, springen! Digga, das ist alles nur TikTok schuld, weil es einfach zu geschissen und digitale Drogen süchtig ist, was sich Internet in jeder Zeit verändert kann? Ganz einfach, gar nix! Eben, auf! Eben, auf! Oh, Kacke! Ich hasse diesen Scheißmann! Schill dich nicht, meinen Versicherungsvertreter anzurufen! Was für eine Versicherung? Ich habe ahnungslose Versicherung! Gut, spring einfach weiter! Deine Mama, Alter! Brot heißt normalerweise anhalten! Frau Schlampe, halt mal bitte deine beschissene Fresse! Verstanden, du Kugelfischfettsack! Oh je, du hast sechs Punkte! Von sieben! Mir fehlt nur ein Punkt, um zu bestehen! Yippie! Oh! Kann er wer im Pornovideo drehen? Sie hat so viel Spaß gemacht! Ach nein, das ist nicht nötig! Ich wusste ja nicht, dass du Spaß hattest! Vielen Dank! Ein Führerschein! Ich kann! Spawn! Spawn! Hey! Immer langsam! Ich glaube, das geht nicht! Mit diesem Führerschein darf ich nur Seepferdchen und ähnliche Tiere reiten! Mit Ausnahme von... Hier steht überhaupt nichts von Bootmobilen! Ach, sobald es Bootmobile gibt, lege ich die Prüfung einfach noch mal an! Mal ab! Das ist doch ein gefälschter Führerschein! Junge, ich mache einen richtigen Führerschein und dann miete ich Maybach-Sport-Coupé! Ach du Scheiße! Was ist das denn für ein Ort? Da sieht billig aus! Keine Frankfurt oder was? Wir bieten drei Dinge an! Treibholz, Spachtelmasse... Ich geb dir in den Mund und machst du nix! Ich setze ein Saft-Duell im Haus! Scheiß auf die Leute, die nur für Müll labern wie bei der sexualisierten Arbeit! Ich gehe langsam rein und mache ich einen Überfall! Ach du heilige Scheiße, wer das Scheißmonster eines Dalahons eine Verstärkung hat! Ihr Luchas, ihr seid gar nix! Geschafft? Ich bin der Beste! Du hast ja mehr Überraschungen auf Lager als meine Socken nach nem Sandsturm! Dass du's mit den Gelee-Banditen aufnimmst! Dann... Verdammt! Was soll das jetzt heißen, dass ein Minispiel ist? Ist das ein Witz? Ich nehme den Becher, der hier durch über mir rüber kommt! Ich drück das um zu trinken, das ist Schwachsinn, das da abgeht! Ich gegen Sandy! So einfach geht es! Verdammt nochmal, der Kaktus-Saft ist alle! Seit dieser rothändige Räuber und seine Banditen unsere Kaktus-Farm übernommen haben, könnten die uns vielleicht mehr... Keine Sorge, Sheriff! Und Ballon-Hilfs-Sheriff Patrick! Kümmern sich drum! Endlich mal! Und kann ich dann rausgehen, sich um die frische Luft zu schnappen und stundenlang zu furzen? Ich mag keine Kaktus-S-S-S-S-S! Sie sind nicht mal hübsch! Keine Sorge, Patrick! Wir verschwinden von hier, sobald wir mehr Kaktus-Saft gefunden haben! Geh aus dem Weg, Bete! Oh-oh! Sieht aus, als will es ein Duell! Boane, nicht schon wieder ein Wichser, der sich gegenüberstehen! Ich lerne Blasen an dem Schwanz, ich meine Blasenwurf, sich Gegner einzusperren! Was ich vorher gemacht hab, was ich nicht wusste! Das geht daneben du Lappen, du wirst gefickt! Jetzt kommen noch die Zombies, Alter! Dieses Monster hat eine Flasche, die von ihm her ein abgespritzt hat, sieht echt eklig aus! Also verpiss dich! Hm... Hey, Cowboy! Ah, tut mir leid! Du kommst mir nicht bekannt vor! Aber ich hörte zufällig, wie du davon gesprochen hast, ins Kaktus-Getränke-Geschäft einzusteigen! Ich empfehle, einen Hurensohn einzustellen! Für einen kleinen Anteil von... 70% sage ich dir, wo du die Kakteen mit dem erfrischendsten Saft findest! Die Leute zahlen unsägliche Summen für sie! Seit der Knappheit! 70%- Oh, ey, tut gekannt! Das Spiel ist wirklich einfach! Ich denke, dass ich mich zu viel Spongebob-Sachen auskenne, aber echt kinderleicht! ARRX muss noch etwas mehr erkennen, um genau zu wissen, dass ich plaudere und lustig zu sein kann! Helikopter? Helikopter! Wie soll ich draufgehen? Alter, Spongebob kennt keine Organisation, die mich fickt! Dumm gelaufen! Jetzt bin ich auf das weiße Gebäude gekommen und nochmal das und dann was kommt! Schon wieder noch ein Helikopter! Es ist nicht hoch genug, aber es muss eine Möglichkeit geben, was ich tue um meine erste Münze zu kriegen! Vielleicht da drüben, wo es sowas gibt! Gucke ich mal! Was ist das? Mal schauen, was passiert! Es dauert 30 Sekunden, um das zu spielen! Was zum Heck, Alter! Fertig? Was? Was ist das für ein Spiel? Echt jetzt? Die erste Münze? Komm zu Mami! Und der sexy Schwammkopf hat sich gefreut, um die Münze bis zu eine Millionen Euro zu verkaufen, wäre geil oder? Hahahaha lol! Jetzt habe ich geplant, dass es drei neue Spiele geben wird! Ein Ballerspiel Killing Floor 3, Call of Duty BO 6 und GTA 6, da alles will ich mir kaufen und dann probiere ich aus! Ich weiß nicht, ob Ikino-Sucht noch da ist, ist unklar! Vielleicht ein neues Ballerspiel von Nintendo? Waller, ich kann nicht mehr warten, ich will spielen, sofort, jetzt! Mein Gott, ich habe alle Trailer gesehen, ich fand alles super wie nie zuvor, denn ich liebe Ballerspiele, die nie langweilig werden müssen! Einfach super geil! Ich glaube, es passt zu meinem Sprung! Hoffentlich! Achso, ich habe schon ganzes Leben voll! Jetzt gehe ich drauf, Diggi! Na endlich, hab mich gefreut eine zweite Münze zu sammeln! Sauber Spongebob! Ich würde dich heiraten! Das war ein Scherz! Lol! Die Nachricht ist, es gibt eine App namens Bikez, in dem man selber einen Charakter mit super geilen Sound erstellen kann! Dennoch bietet sie einen Chit rum, da ein ICE3 dabei ist, der euch hilft um eine Lösung zu finden, falls ihr ernsthafte Probleme habt, einfach ihn zu chitten! Das AI Bild, das also automatisch generiert wird! Das ist alles! Genug für heute mit dem Scheiß, na gut, das wars mit dem Spiel, euch hat das Video gefallen und ARRX sagt tschüss und bis zum nächsten Mal! Auch! 3! 3! 3! 3! Untertitelung des ZDF für funk, 2017